Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von MiniCraftAttack und jetzt ist es auch sehr schön auf jeden Fall, ja machen wir mal weiter und zwar genauermaßen heute habe ich einen Troll und zwar ein Igels gucken was funktioniert und zwar hier funktioniert das sogar, egal ich bringe mir eine Idee eine richtig heftige Idee und zwar werden wir ihn ein bisschen troll oh yes, das wird so heftig das glaubt er gar nicht wie krass das wird was wir heute vollermaßen machen ich will jetzt einfach mal einen Schneemann in sein Haus platzieren ähm na gucken wie er sich über erfreuen wird guck schon dass er sich über erfreuen wird das ganze Haus über da alles vor der Schnee ist das ist doch wunderbar warte mal hier rein platzieren oh yes das wird lustig das funktioniert nicht doch jetzt sieht so dumm aus bobo bobo leck mal nicht so hier ich mal zu mir mein Freund hallo dreh dich hab ich den nächsten Sammel mitgemachen komm ist weiter weg noch jetzt drehst du dich ne ja 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 gleich so why not und jetzt verteil dich im ganzen Haus bitte ich will das Ausmaß sehen ja das muss ja ich noch nicht mal dazustellen irgendeinen Kala oder so ist ja lustig da geht nicht jetzt durch die Druckplatte oder so damit er rausgehen kann das wollen wir eigentlich ja ja ähm mal folgen das stelle ich mir kurz nebenweg schicke da hin wenn er nicht rausgeht dass wir hier bleiben für immer und ewig geil soll ich ein zweites Thema noch bauen ich meine why not ne wir wollen mal richtig trollen zum Jahresabschluss hier hm oh yeah ok ok so ich nehme da mal raus ich habe mal wie können wir es noch ah genau können wir noch drei Kürze bauen ey so 1 2 jetzt kommen wir zurück dann bin ich noch mal eine im im keller mal gucken wenn man das sieht wie die Reaktion ist ok oh 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 So, wo ist er? Ach so, okay, in der Ecke. Das halte ich nur, mein Freund. Ich mache am Mai hier folgendes. Ich mache das mal wieder zu hier. Also nicht, dass er noch da hinten hinläuft. Dass immer die in diesem Gebiet hier bleibt. Wir wollen es ja nicht mal nicht vertreiben hier. Ich wäre in dem nur in den Sinn gekommen, was man machen könnte. Das ist alles für alles, mein ich. Voller Schnee machen hier. Verteilig. Ich will das ganze Haus unter Schnee sehen hier. Passt ja zu diesen ganzen warmen Temperaturen. Die im Moment hier im Winter im Moment da sind. Ich glaube am 31. sind sonst bei uns 11 Grad oder so fern. Ich werde es in Zeit, den Winter-Skinn auszupacken. Äh, den Summer-Skinn. Und diesen 11 Grad passt. Dieser Schnee ja. Ich habe mich angekossen, oder? Ich darf mich nicht wundern, wenn ich nach Hause komme. Aber wenn ich die nächste Folge aufnehme, nach dem Urlaub. Und mein Haus gesprengt ist. Oh, Mann, Mann. Ich mache vielleicht etwas bei so einem Summer, oder? Und guck mal oben. Ah, keine Ahnung. Wenn ich mal positioniert. Oh, ich hole das auch nicht raus hier, ne? Ich mache mir das nicht. Und halt den Schnee. Was ist los mit dem Schnee hier? So, ich verteile. Ich mache das mal so lieber nochmal. Dann abdrücken hier, ne? Wie gesagt, es ist gewesen und ist auf dem Mini-Crop-Attack. Anzeige, ob es gefallen hat, dann lasst eine Puls. Die werden da auch gar nicht vergessen. Oh, und schau.